Das ist das Missions- und Hilfswerk DMG auf dem Buchenauer Hof. Unsere 350 Missionare arbeiten in über 60 Ländern. Wir folgen dem Auftrag von Jesus, damit Menschen Gott begegnen. Drei Grundlagen sind uns dabei besonders wichtig. Jesus Christus als Zentrum, die Bibel als Basis und Gemeinschaft durch Gebet. Alle DMG Missionare arbeiten mit Partnerorganisationen in den Einsatzländern zusammen. Wir sind als Botschafter von Jesus berufen, zu einem Leben mit ihm einzuladen. Du möchtest mit Jesus deine Berufung leben? Melde dich jetzt bei uns. Wir freuen uns auf dich.